Die jüngste Teilnehmerin unserer Ausstellung ist Sonja Kort. Sie wurde hier in Pforzheim geboren und lebt in der Nordstadt. Wie ihre Familie gehört sie der jesidischen Glaubensgemeinschaft an. Trotz ihrer jungen Jahre ist Sonja ehrenamtlich sehr engagiert in der Lernstiftung HÜG. Dort trainiert sie die Stufe 1 der Muay Thai Boxer und gibt jüngeren Kindern Nachhilfe oder hilft ihnen bei den Hausaufgaben. Wenn Sonja Kinder oder Jugendliche in höheren Stufen trainieren sieht, die bei ihr angefangen haben, dann erfüllt sie das mit Stolz. Und sie freut sich auch sehr, wenn ein Kind eine gute Note schreibt, das bei ihr in der Nachhilfe war. Die HÜG Lernstiftung ist für sie wie eine zweite Familie. Für ihre Zukunft wünscht sie sich eine Wahl zu haben, was ihren Wohnort angeht und was ihren Berufseinstieg eingeht. Unser Foto zeigt Sonja Kort als junge Powerfrau neben einem Boxsack. Um das Ambiente auch in der Ausstellung fortzusetzen, haben wir Originalteile der Lernstiftung HÜG aus dem Trainingsbereich für diese Ausstellung geliehen bekommen. Passagen des Interviews haben wir auf den Trainingsmatten verewigt.